Was ist denn passiert? Du musst mir helfen. Mein Vater ist todkrank. Mein Vater ist Stammsoberhaupt, der Elway Daddy. Und lebt mit unserer Familie noch in der Wüste. Also von mir kriegst du mich frei. Muss ich gerade beschreiben lassen. Es geht um das Leben Ihres Vaters. Das ist mein großer Bruder Khalid. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie gekommen sind. Entschuldige, ich bin Arzt. Doktor, würden Sie... Du musst doch hierbleiben. Komm, schnell! Sehen, sehen, sehen! Ihr Stamm verfügt über ein Vermögen und Sie haben keinen Arzt. Niemand würde das tun. Ich würde das tun. Vorsicht, das ist empfindlich! Sie sagen, dass es keinen Krieg geben darf. Khalid verlangt, dass ich die Frau des alten Schechs werde. Ich kann gar nicht glauben, dass du so eine Entscheidung treffst. Du weißt nichts über uns. Wenn ihr wirklich was verändern willst, musst du bleiben. Die Männer können nicht über ihren Schatten springen. Aber die Frauen nennen dich schon Wüstenärzte. Die estád mich sehr schwer. Ich bin ein ganzes Leben die Frau des Malen verwandelt. Die Frau des Malen. Das war es, dass du sie veränderst. Aber die Frau des Malen gehst. Ich bin ein ganzes Leben. Ich bin ein ganzes Leben. Und die Frau des Malen. Ich bin ein sehr schwer. Ich bin ein sehr schwer.